Vielen Dank. So, wo rennt der Möppel rum? Da oben. Ich bin unterwegs. Das ist auch so ein Loading Simulator. Was denn? Die Wischen. Die Wischen, ja. Wenn es auf die Systeme geht eigentlich. Das erste Mal laden ist eigentlich ziemlich lang. Was denn? Ah, Schatten. Yeah. Was sagst du? Ich dachte hinaus. Oder musst du noch was holen? Ich will was verkaufen, noch schnell. Oh ja. Was denn? Muss ich auch. Fertig. Hinaus. Hinaus. Boah, mir tut die Füße weh. Boah, hat viel gelaufen, Digga. Viel gelaufen. Alter, ihr macht auch nur Scheiße auf der Arbeit, oder? Ja, ja, ja. Warum? Aber das Bild, das Bild, ne? Ich hab mir das Knorrlog auf dem Ranzen präsentieren lassen, Alter. Ich hab doch heute Audit gehabt. Aber wir haben auf jeden Fall einen Punkt geholt. Passt. Passt. Alles gut. Was hab ich? Ja, jetzt hast du auf ihn gezielt, jetzt ist er weggerannt. Nee. Ich hatte nicht auf ihn gezielt. Ich bin so gesprintet, dann hauen die auch ab. Wenn du zu schnell so hastig da bist. Dann hauen die auch ab. Aber gezielt hatte ich jetzt gar nicht. Auf dich hatte ich gezielt. Nee, hatte ich auch nicht. Ich wollte dich. Schade, dass ich den nicht einfach mal so ein Watz. Weißt du? Das wäre so genial. Ah, hier, warte mal. Mal untersuchen. Kannst du direkt vorne abgeben. Hab ich. Aber du musst trotzdem hier die untersuchen. Hier steht Echo untersuchen. Ja, das ist jetzt für die Quest. Am Auto vorne war einer, der mal anquatschen konnte. Ja, bei mir ist es fertig. Ja, bei mir ist es fertig. Und da ist es fertig. Ja. Wie. 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 Was ist denn hier los, Alter? Wenn du umruckelt, wie Sau. Echt? Ja. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ah, bei mir ist ein Echo. Ja, du sauerst. Da ist eine Beute reingegangen. Ach, da ist eine Tür. Die war immer auch zu. Ist das nächste Echo? Oh, die Töne gehen mir mittlerweile so auf und sagt, es ist viel. So, das Echo ist fertig von mir. Nächste, ja, hier, warte mal. Bei dir oder wo? Ja. Nee, warte mal. War vorbeigelaufen. Was denn? Das ruckelt wie Sau. Da mit 10 Frames läuft das mal rum. Da eingestellte... Das lief doch letztes Mal weg. Dann sind sie alle durcheinander. Muss fertig sein. Ja. Teil 4. Jetzt geht's weiter. Das ist so eine Questreihe. Ja. Aber das müsste rein theoretisch oben sein, oder? Ja. 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 Den hier oben kann man noch untersuchen. Ja, Teil 5 geht weiter. Aber wo? Draußen auf der Straße. Wir müssen hier raus. Kommen wir jetzt hier raus aus der Scheiße. Die ist offen. Ah, hier ist auf einmal. Hat er aufgemacht. Uh, da ging das jetzt. Hey, hab ich aufgemacht mit F. An einem Schaltpult. An einem Schaltpult. Amen. терink. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss schon mal kurz hier reingucken. Wenn du die Collector's Edition von The Division kaufen, kriegst du eine Uhr. Ja, super. Hast du eine Uhr? Hast du doch gerade gesagt. Achso, nee, du kriegst das ja nicht mitgesagt. Wenn du auf der Map eine Quest andrückst, dann geben die da noch einen Text zu. Ja. Da hat einer gesagt, der will diese Uhr haben. Hm. Oh. Neck, Trusschitz. Ja. War hier auch noch eine? Nö. Wenn, dann nur in diesem lilanen Bereich. Hier ist noch eine. Ja. 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 Die. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bei mir ist ein Echosignal irgendwo Hä? Für mich nicht Mir ist doch nur ne Kiste Nee Nene 8 5 4 3 Hier Jetzt hat das mir her Was hast du gesagt? Die haben die Dings eingestellt Du kannst das wahrscheinlich als Option auswählen Klassische Doom Waffenhaltung Ja in der Mitte, geil Ist cool Sieht lustig aus Bespielen Dann können wir das eh schon wenden Hm? Muss aus dem Bereich rausgehen Nein, im Sinne von EP Ich hab's abgegeben Ich denke mal das wird für uns beide zählen Wenn einer es von uns abgibt, dann ist das automatisch zählst dann für beide Das ist genau wie bei den Dings Typen hier, denen man helfen kann Ja und hier das Ding ist auch noch aktiv hier bei mir Irgendwie der Herstellung abgeschlossen Hier das Ding hier Hier Das waren wir auch noch aktiv Oh ja das ist aktiv, das ist aber nicht mehr da Der Herstellung abgeschlossen Keine Ahnung Wird aber nicht mehr auf der Minimap angezeigt als blauer Kreis Von daher Nee Dann passt das schon Boah Der Herstellung ist gefährlich hoch Abrede genommen abgeschlossen Lord of the V-112 Neues Ziel Ach guck mal in diesem Gebäude waren wir doch schon mal Oder wollten wir nicht da rein Und wir wussten nicht wie Ja Kann das eher das gewesen sein Jetzt ist es Ups Jetzt ist es auf Wahrscheinlich muss man jetzt das Level dafür haben Hinter uns ist einer Nö das ist einfach Questgebiet deswegen Oh Lord Linksbums ist tot Ja Nee Ach Er darf diesen Ort nicht verlassen Er würde alles holen Ich bin bereit die Verantwortung für die Ereignisse der letzten Ich bin bereit die 24 Stunden so übernimmt Aber du musst wissen Dass unsere Interesse an ihm ergibt Ausfluss wird das Gehandeln kann Der Menschen Eine bessere Zufall In der Zentrale Natürlich ist das Heizungsverfahren Ja Aber es ist nur Unsere Zufall Werden Das müssen wir Ja Nein 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 Nj Es gehtookie Es ist der Hammer Oh, ich muss hier raus. Ich muss mal einen Sniper nehmen, wenn wir mal. Jetzt ist der Leutnant tot. TeamSpeak kriegt jetzt einen richtigen Konkurrenten, ne? Mit? Mit. Ach, das, was der Konkur da gemacht hat, was gratis ist. Hm, Discord. Discord, genau. Oh, hier ist eine Kiste drin. Nutzen mittlerweile so viele. Ist echt krass, wie schnell sich das durchgesetzt hat. Oh, der Hund ist tot. Gratis. Du hast ihn erschossen. Ja, ich wollte einen Kran schoß geben, weil ich konnte ihn hätte rausholen. Müssen wir überhaupt hier hoch? Ach nee, das war schon der Mann, der gekillt. Ja. Ich glaube, wir sind schon ein gutes Team hier. Wo war's das? Hast du was gemakert? Ja, das gelbe Dreieck. Oh, warte mal. Hä, warum ist hier was blaues? Hier ist was blaues geproppt gerade. Wieso nicht? War eben nix blaues. Oh, Vorratskisten. Ja. Ah, dann machen wir das doch, oder? Ja. Hier ist es, hier ist es, hier ist es. Oh scheiße, ich hätte auch mal nachladen sollen. Irgendmal. Alter, die Dings ist auch der Wahnsinn, die Pistole. 3000 Schaden mit ner blöden Pistole, normaler Hit. Du schießt halt langsam, oder? Hä, kannst so schnell wie du klicken kannst. Hier ist ein Handy. Moment, ich hab grad die Kiste in Hand. Was sehen wir jetzt, die Kisten zurückbringen, bevor die Nächsten kommen? Du nimmst jetzt das Handy? Nö, ich stehe. Warte mal, hier sind Gegner. Oh Gott. Ja, guck. Und wieder 60 Punkte. Hast du das Telefon schon genommen? Nein. Ich wusste nicht, ob ich das abbreche, oder so. Ja, deswegen. Jetzt hab ich. Das ist bestimmt so ein TS-Ausschnitt. Zwischen uns hier. Oh, warte mal. Hier ist Werkzeug. Nee, diese Richtung von daher. Was ist hier wieder? Was ist hier wieder? Sichern wahrscheinlich, so wie es aussieht. Mal runter. Wahre ist markiert. Hier ist eine große Waffenkiste. Waffenteil. Ja, wo sind die denn? Na. Versteckt hat sich mit deinem Baseball-Schläger. Oh, da hinten ist auch irgendwas gelbes, was aufleuchtet. Ich bin jetzt nicht bei mir in der Minimap. Was läuft da? Irgendwas gelbes. Ist bestimmt ein Schlüssel. Kann sein. Oder irgendeine... Ach nee, legendär kann er noch nicht sein. Gibt deshalb 30. Ohne Scheiße, ich schieße in den Kopf. Da spratzt das Blut raus, aber es zieht dir nix ab. Puff, in den Rücken. Hat sich aber passend gerade umgedreht, ja? Das muss, das muss was gelbes sein. Ah, hier, hier, hier ist irgendwas. Warte, das sind Dings. Wow. Ich glaube, der macht Schaden. Ja, kann man so sagen. Ich glaube, der schweine fiel aus. Jetzt läuft er. Wow. Oh. Blaues Zeug kommt. Deine Sache. Fischisch. Cool. Nee, aber jetzt ist hier noch was gelbes auf der Map. Bei mir. Finde ich. Hier drinnen, oder? Nee, nee, nee. Ach, geht mal weg da. Und zwar, genau. Waffen-Waffen-Set. Ein gelbes. Legendary. Ja. Guck. Cool. Hast du auch eins bekommen? Dö. Alter, nicht nur bei Battlenet hast du irgendwie so'n Lack-Scheiß, sondern auch bei Ubisoft, Alter. Glaubst du? Ja, glaub ich, Alter. Glaubst du das? Ja, glaub ich, Alter. Ich hab den Lucky Tomek, Alter. Lucky Tomek. Ja, lalalalalalalala. Hier ist eine größere Mission jetzt. Ja, geil, Alter. Ich bin da ein bisschen. Oh, ich bin voll im Arsch. Jawohl. Langsam fährt mein Körper komplett runter. Schmeckt das. Ich will das Spiel späterspielen. Oh, 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 oh. Das hätt ich nicht machen dürfen. Glaub ich, geht's auch langsam. Penne. Penne, Penne, Penne. Oh, da war er. Da war er, Alter. Da war er, Alter. Der Lucky Tomek, Alter. Was ist das denn, Spacko, ey? Lucky, lucky, lucky. Hier sind wieder die Cleaners. Cleaners. Wo ist denn hier einer? Ach, da, guck mal. Hi. Hallo.